Wie kann ich Menschen für mein Produkt begeistern? Ja genau, das ist ja die Kernfrage eines jeden Unternehmers. Wie kann ich Menschen für mein Produkt begeistern? Und bei uns ist es natürlich so, dass es um das Thema Gesundheit geht. Das ist das Produkt, was wir den Menschen geben und verkaufen. Und das macht es natürlich für uns einfach, weil das Glaube möchte jeder Mensch haben. Das können wir denen bieten und dieses Produkt müssen wir natürlich auch weiterentwickeln. Das heißt nicht nur einfach, dass wir den Menschen Geräte entstellen, sondern dass wir auch die betreuen und beraten. Und das ist das Besondere eigentlich an unserer Dienstleistung.